Musik Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zergel. Guten Abend und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Ja, Sie haben sicher gemerkt, wir haben ein nagelneues Studio. Sieht gut aus und ermöglicht uns alle ermittlungsrelevanten Fotos und Informationen zu Opfern und Taten künftig noch anschaulicher und präsenter zu zeigen.